In diesem Video geht es um die hinweisenden Fürwörter. Ich erkläre dir, was demonstrative Pronouns sind und wie man sie verwendet. Die Einzahlformen this und that sowie die Mehrzahlformen these und those sind hinweisende Fürwörter. Für näherliegende Dinge oder Ereignisse verwendest du this oder these. Bei Weiterentferntem sagst du that oder those. This is my bike and that over there is my sister's bike. Dieses hier ist mein Rad und jenes dort drüben. Ist das Rad meiner Schwester. These Videogames are for children and those are for adults. Diese Videospiele sind für Kinder und jene sind für Erwachsene. Some phrases. This is Harry. So stellst du jemanden vor. That'll do. Es reicht. That's all. Das ist alles. That's your problem. Das ist dein Problem. Das ist dein Problem. Vielen Dank.